Die Coveris Flexibus Austria GmbH im Tiroler Unterland ist ein führendes europäisches Verpackungsunternehmen, das für weltweit bekannte Marken flexible Verpackungslösungen herstellt und gilt seit über 60 Jahren als Spezialist in der Folienproduktion. Der Vorteil von Folien ist, dass man mit relativ niedrigen Flächengewichten, also wenig Material und wenig Ressourcen, eigentlich eine relativ gute Funktionalität erreicht, die einerseits dann die Lebensmittel schützt vor Verderben und in Gegenstände beim Transport, dass sie beschädigt werden, was in Summe natürlich große Ressourcenschonung darstellt und natürlich man permanent bestrebt ist auch diese Flächengewichte oder Materialentsatz zu reduzieren. Wichtig ist aus unserer Sicht natürlich, dass das Ganze nicht in der Umwelt landet, sondern dass das auch kontrolliert gesammelt wird und wieder eingesetzt werden kann, was natürlich auch in vielen Produkten mittlerweile bei uns Einzug gehalten hat, dass wir sehr hohe Regranulatanteile wieder beimischen, was natürlich auch die CO2-Bilanz verbessert. Da Plastikverpackungen, die nicht richtig entsorgt und recycelt werden, zur Umweltverschmutzung beitragen, ist es Coveris sehr wichtig, nachhaltige Verpackungslösungen für eine grüne Zukunft zu entwickeln. Und die neueste dieser Entwicklungen heißt Duralight R Schrumpffolie. Typischerweise, wenn ich Mineralwasser kaufe, diese Sixpacks, die sind eingeschweißt in einer Folie. Das ist die Hauptanwendung eigentlich von dieser Schrumpffolie. Und die Sexiness des Produkts eigentlich ist, dass wir hier einen Rezyklatanteil von 30 bis maximal 85 Prozent bereits anbieten können. Und der Vorteil ist, dass die Performance trotz dieses hohen Regranulatanteils eigentlich an fast einer 100 Prozent aus primär granulatproduzierten Folie orientiert. Also hinsichtlich Klimaschutz ist eigentlich für uns sehr wichtig, dass wir natürlich nachhaltig wirtschaften, all unsere Prozesse darauf abstimmen, weil in der Umwelt, in der wir leben, die muss geschützt werden, nicht nur Greenwashing zu betreiben, sondern das ehrlich und sinnhaft zu betreiben. Weil durchaus eine Kunststoffverpackung manchmal die bessere Lösung ist als eine aufwendige Papierverpackung. Einfach nüchtern das betrachten, anhand von Zahlen, Daten, Fakten auch zu leben, nichts anderes. Und vielleicht ist es ja gerade die Duralight R Schrumpffolie, die das angeschlagene Image der Plastikverpackungen in ein besseres und nachhaltigeres Licht rückt.